hallo ich hatte das vergnügen an zwei sessions die weinhealing und josephine teilnehmen zu dürfen ich war begeistert ich stand und hatte das gefühl an mir wurde gearbeitet aus mir was rausgezogen und herumgezupfelt und zum schluss am ende hatte ich das gefühl ich fühle mich leichter und mein gesicht strahlte die zweite session war intensiver ich hatte zwischendurch das gefühl ich würde fast um kippen mir liefen tränen über die wangen und mein handgelenk schmerzte ich bekam zwischendurch gänsehaut aber am ende ging es mir soweit wieder gut mein gesicht strahlte wieder als würde ich auf wolken schweben und ich fühlte mich auf jeden fall wieder leichter ich danke josephine von ganzem herzen für ihre liebevolle unterstützung und hilfe danke dir